Frau Müller, herzlich willkommen hier zum Publish-Industrie-Technik-Talk auf der Hannover-Messe. Welches Highlight zeigen Sie in Ihrem Messestand? Also wir von der Firma in Virochemie zeigen in diesem Jahr unsere EnWi-Modul-Anlagenlösung für die dezentrale Wasser- und Abwasserbehandlung für Industriekunden. Das kann man sich im Grunde wie ein Baukastensystem vorstellen. Es stehen unterschiedliche Anlagenmodule zur Verfügung. Jedes Anlagenmodul stellt ein hochwertiges Raummodul dar, in das die Technologie zur Wasser- und Abwasserbehandlung oder auch Wasserrecykeln eingebaut wird. Und je nach Kundenanforderungen können diese Anlagenmodule dann ganz flexibel kombiniert werden. Welche Vorteile bieten Sie damit dem Anwender? Also ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Raummodule ein Betriebsgebäude aus Beton und Stahl ersetzen. Das heißt, der Kunde kann seine lokalen Baukosten senken. Die Anlagenlösung ist schnelleinsatzbereit. Sie ist nach Bedarf erweiterbar und sie ist semimobil. Das heißt, sie kann von einem Ort zum anderen umgezogen werden. Und darüber hinaus wird bereits in Deutschland die komplette Anlagentechnik in die Raummodule eingebaut, getestet und wird vor Ort beim Kunden dann nur noch angeschlossen. Das heißt, wir können auch einen hohen Qualitätsstandard sicherstellen. Auf welchen Markttrend antworten Sie damit? Also im Grunde antworten wir auf zwei Markttrends. Zum einen sind modulare Anlagensysteme in der Wasser- und Abwassertechnik im Kommen. Zum anderen ist die dezentrale Wasser- und Abwasserreinigung international gefragt. Und um beiden Trends gerecht zu werden, braucht man modulare, flexible Systemlösungen, die weltweit lieferbar sind. Und genau das bieten unsere EnWi-Modul-Systemlösungen. Herzlichen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg hier auf der Messe.